Das wäre mal der Breslauer Feuer. Mal gucken, wie hell das wird. Zeig doch den Block, wach ich hell. Alter. Na ja. Ist doch geil. Kann Heidi aufstehen, ist hell. Na ja, ist doch geil, ist doch schön hell. Machen wir erstmal die Zwerer. Oh, mach mal den anderen O.G. an. Schöne Teile, ey. Die Minute, ja. So, dann machen wir mal die Strobofackel. Müssen wir mal umkippen, ey. Oh, das ist der andere schon aus, ey. Ist ja scheiße. So, dann. So, dann. es hilft, es heilt die göttliche Kraft!